Musik 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 schön dass sie hier sind und sich beim video über den bau dieses kleinen regelbar und netzteils anschauen wollen auf diesem ersten teil sehen sie die überprüfung der ausgangsspannung des geräts mit einem multimeter und so wie es aussieht liefert das gerätchen auch die entsprechende spannung und ist auch ziemlich stabil laut den anzeigen konnte ich dann auch noch eine spannung bis zu 13 volt manchmal etwas rüber 14 volt einigermaßen stabil erreichen gefunden habe ich diesen bausatz in china bei bangkok den link dazu gibt es unten in der beschreibung so schnell wie sie es hier auf dem video sehen arbeite ich natürlich nicht ich habe ungefähr 50 minuten komprimiert zu ein paar minuten damit es ihnen nicht zu langweilig war auch ein paar fehler habe ich während dieser zeit noch korrigiert aber im großen und ganzen war der bausatz sehr gut aufgebaut die platine war schön geschriftet und ich habe meinen spaß daran gehabt nach der fertigstellung der platine kommt in den hier der erste funktionstest alles in ordnung das plexiglasgehäuse wurde mit m2 schrauben zusammengeschraubt und auch die platine auf der boden halterung angebracht aber dabei ist mir ein fehler passiert und ich musste die schrauben nochmal neu einsetzen also bitte darauf achten dass die abstandshalter richtig herum eingebaut werden so fertig ist nun das kleine netzteil und mein fazit preis leistungsverhältnis top viele dank fürs ansehen und wenn ihnen das video gefallen hat geben sie mir doch einen daumen hoch oder auch einen kommentar und am besten abonnieren sie meinen kanal schönen dank und salü aus dem saarland dann wi-g-g-g Untertitelung des ZDF für funk, 2017